Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute zeige ich dir wieder einige Plattformen, mit denen du im Internet Geld verdienen kannst. Ich werde sie dir ein wenig genauer vorstellen und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Allerdings noch eine kleine Info. Ich werde diesen Monat mehr oder weniger jeden Tag ein Video hochladen. Es kann mal sein, dass vielleicht an zwei, drei Tagen kein Video kommt, aber mehr oder weniger wird es diesen Monat jeden Tag ein Video geben, rund um das Thema Online im Internet Geld verdienen. Wenn du also nichts verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, legen wir wirklich los. Die erste Webseite, die wir uns heute ansehen werden, ist die Webseite Userfeel. Hier hast du die Möglichkeit, Geld zu verdienen als Usability-Tester. Das bedeutet, du kannst hier Geld verdienen mit dem Testen von Webseiten und mit dem Testen von Apps. Bei dieser Webseite kannst du eben dann pro Test zwischen 3 Dollar und 30 Dollar verdienen. So ein Test dauert in der Regel zwischen 5 und 60 Minuten und abhängig davon ist dann auch die Bezahlung. Die meisten Tests, die dauern so 20 Minuten und du bekommst dann dafür 10 Dollar. Die ganzen Tests, die kannst du dann auch entweder am PC erledigen, aber auch am Smartphone oder Tablet. Du siehst auch hier unten im FAQ noch viele weitere Informationen. Zum Beispiel eben auch bezüglich der Bezahlung, findest du hier auch etwas. Genau, das siehst du nochmal unterteilt, wie die Bezahlung aussieht, je nachdem wie lange der Test ist. Zum Beispiel eben 3 Dollar für einen Test, der 5 Minuten geht, 20 Dollar für 40 Minuten und so weiter. Ausbezahlen kannst du das Ganze hier übrigens über Paypal, aber allgemein findest du hier wirklich ein sehr ausführliches FAQ und du kannst dich dann eben hier bewerben, hier Tester werden und wie gesagt dann Webseiten und Apps testen, auf die Benutzerfreundlichkeit, ob es funktioniert und so weiter. Und dafür kannst du dann eben Geld verdienen und das bis zu 30 Dollar pro Stunde, also allgemein wirklich eine ganz gute Plattform. Aber du kannst natürlich hier nur dann Geld verdienen, wenn ein Test verfügbar ist und da kann es eben auch mal sein, dass du sehr lange keinen Test bekommst. Also die Bezahlung im Monat, die ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Und zusätzlich da findest du natürlich auch hier die passenden Informationen, zum Beispiel eben, dass es sein kann, dass du ein ganzes Jahr lang keinen einzigen Test bekommen kannst. Das ist möglich, du kannst aber eben auch 5 Tests am Tag bekommen, auch das ist möglich. Das ist natürlich beides der Extremfall, aber beides kann passieren, aber trotzdem, es ist eine coole Möglichkeit. Du kannst damit den einen oder anderen Euro verdienen, auch als Anfänger, aber das muss dir natürlich bewusst sein, dass es eben auch sein kann, dass du sehr wenige Tests bekommst. Eine Möglichkeit, mit der du so 30 Dollar pro Stunde auch verdienen kannst, neben zum Beispiel eben Userfeel, wäre natürlich mit dem Geldverdienen als Freelancer oder mit Jobs. Zum Beispiel eben gibt es die Webseite NewJob, da kannst du zum Beispiel nach Städten suchen, nach Branchen suchen und hier findest du viele verschiedene Jobs. Da kannst du dir die Beschreibungen durchlesen, dich da bewerben, ist denke ich relativ selbsterklärend und da gibt es Jobs in allen möglichen Bereichen. Auch da kannst du natürlich auch noch filtern und vielleicht findest du da einen passenden Job, mit dem du dann eben so 30 Euro pro Stunde verdienen kannst. Bei People4Project, da findest du Projekte, also hier gibt es wie gesagt Jobs, hier gibt es Projekte für Freelancer und auch da kannst du dir die Projekte dir ansehen. Du siehst eben, ob das Ganze zum Beispiel remote ist, also ob du ortsunabhängig arbeiten kannst und du siehst auch, wann dieses Projekt startet. Du siehst in der Beschreibung, wie lange es geht und so weiter. Du kannst dir natürlich auch da, wie gesagt, die Beschreibungen durchlesen und da Projekte als Freelancer finden und auch da stellenweise kannst du bis zu 30 Euro pro Stunde verdienen. Ist natürlich von der Kategorie abhängig, in der du arbeitest und natürlich auch generell vom Projekt abhängig. Also es gibt eben People4Project, da kannst du mit Projekten Geld verdienen, bei NewJob kannst du mit Jobs Geld verdienen und das Ganze eben auf Deutsch als Freelancer. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Seiten wie Freelance Writing Gigs. Das ist jetzt eine englische Plattform, aber auch hier findest du Jobs in verschiedenen Kategorien, allerdings hier speziell im Texter-Bereich. Das heißt, das ist jetzt eine Plattform speziell für Freelance-Texter im englischsprachigen Bereich, aber auch hier kannst du Jobs finden, auch remote und dich da bewerben, sowohl mit Contract als auch Freelancer-Basis, Vollzeit, Teilzeit, alles möglich. Und auch hier findest du viele verschiedene Writing Jobs und kannst eben auch hier als Freelancer Geld verdienen. Also auch da kannst du dann eben mit dieser Möglichkeit einiges verdienen, auch 30 Euro pro Stunde verdienen, abhängig vom Projekt, vom Job. Aber auch das ist hier auf jeden Fall möglich. Das sind sehr solide Plattformen, auch die kann man auf jeden Fall nutzen. Eine weitere Möglichkeit Geld zu verdienen, auch teilweise sehr gutes Geld zu verdienen, wäre mit dem Verkaufen von Designs oder mit dem Geld verdienen als Artist. Und das geht zum Beispiel bei ArtPol. Hier kannst du eben zum Beispiel als Artist joinen und daneben Bilder, Kunstwerke, Designs anbieten. Du kannst hier oben auf Sell Art klicken und dann kannst du eben hier kostenlos ohne Membership starten und daneben Paintings, Prints, Originals, Photography und ähnliches anbieten. Und dann eben darüber hier Geld verdienen. Es ist meiner Meinung nach eine sehr coole Plattform. Klar, du wirst jetzt zu Beginn nicht reich werden, aber auf lange Sicht kann das vielleicht eine ganz coole Möglichkeit sein. Und du kannst dann eben hier wie gesagt deine Designs und so weiter anbieten und darüber hier Geld verdienen. Finde ich richtig cool und könnte ganz interessant sein. Natürlich, wenn du noch Werbung und Marketing betreibst, kannst du so natürlich für mehr Verkäufe, potenzielle Verkäufe sorgen, aber eben generell wirklich meiner Meinung nach eine sehr coole Plattform. Eine weitere Plattform, auch im Designerbereich, wäre hier die Plattform Denant Project. Hier hast du die Möglichkeit, Icons anzubieten. Also wenn du eben zum Beispiel Icons erstellen kannst, dann kannst du eben zum Beispiel auch damit hier Geld verdienen. Du kannst ja auch noch neben den Icons Fotos anbieten. Wenn du hier starten möchtest, gehst du oben auf die drei Punkte, dann auf hier Submit Icons oder Fotos und dann kannst du eben hier immer wieder Geld verdienen mit deinen Icons. Einfach hier hochladen und dann kannst du eben immer wieder Geld verdienen. Du kannst dann eben hier zwischen 40% und 60% Royalties bekommen. Ausbezahlen kannst du hier über Paypal und das Ganze ab 25 Dollar. Und ansonsten gibt es hier auch noch ein Handbuch, was du dir durchlesen kannst. Bietet vielleicht die ein oder andere spannende Information. Und eben auch das ist eine Möglichkeit, das Anbieten von Icons. Auch darüber kannst du eben eine Einnahmequelle aufbauen und Geld verdienen. In dem Bereich gibt es natürlich auch einige Seiten. Und auch das könnte ganz interessant sein, wenn man auch noch Werbung und Marketing betreibt, dann ist auch das definitiv eine sehr coole Möglichkeit, die vielleicht in Frage kommen könnte. Also das waren jetzt einfach mal drei Möglichkeiten. Geld verdienen als Usability-Tester, Geld verdienen als Freelancer und Geld verdienen mit Designs oder als Designer. Das sind alles sehr gute Möglichkeiten, mit denen du im Internet Geld verdienen kannst. Das sind alles sehr solide Webseiten, die man nutzen kann bei diesen Möglichkeiten. Und da kannst du teilweise auch bis zu 30 Euro pro Stunde verdienen. Ich hoffe, da war auch eine spannende Plattform für dich dabei. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da, würde mich freuen. Unterstütz den Kanal. Wie gesagt, diesen Monat wird es mehr oder weniger jeden Tag ein Video geben. Und jetzt kannst du natürlich auch gerne das letzte Video dir ansehen oder die Playlist. Und ich hoffe, wir sehen uns dann entweder da oder in einem der anderen Videos wieder. Super. Connor. Super.